Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal etwas Spezielles. Und zwar gibt es heute mal ein kleines Let's Show. Und zwar habe ich die letzten Tage oder die letzten Wochen an einem Einkaufszentrum gebastelt. Und ich wollte euch das Ganze jetzt mal zeigen. Ich habe hier auch ziemlich viele Mods drin und ja, ich fange mal an. So, als allererstes fahren wir erstmal mit meinem Auto hier in das Parkhaus rein, weil es ist nicht so schönes Wetter, ehrlich gesagt. So, wir fahren hier eben rein. Können uns hier ein Parkticket nehmen. Und dann fahren wir hier mal parken. So, nicht wirklich schön, aber egal. Und dann gehen wir mal ins Einkaufszentrum. So, hier ist der Eingang. Äh, ja, ich habe hier auch noch so ein paar Autos hingestellt. Einfach für die Kulisse, ne? So, man kommt hier halt so rein. Und, äh, ja, so sieht das Ganze hier drin aus. Wir sehen da oben ein Schild. Dort hinten sind die Toiletten. Hier, denkst du, ist ein Sportladen. Und da hinten ist noch ein Klamottenladen. Hier ist ein Fahrstuhl, da kommen wir gleich zu. Und ja, hier ist C und A. Alle Marken, die ihr hier seht, ist keine Werbung. Wollte ich nur mal eben so erwähnen. Und zwar stehen dann hier ziemlich viele von diesen Kleiderständern. Denn hier vorne ist eine Kasse. Falls hier jemand ist, kann man hier klingeln. Und, äh, ja, hier ist halt einer der Verkäufer hier. Und hier drin ist noch eine Umkleidekabine. Mit so einem Vorhang. Finde ich, sieht ganz cool aus. Hier ist ein Spiegel. Und, ja, ist halt recht klein. Aber ich finde, es ist eigentlich ganz cool. So, dann gehen wir mal in den Sportladen rein. Sports. Und zwar haben wir hier einmal so ein Sportgerät. Dann hier Handeln. So ein Laufgerät. Fußballtore. So ein Boxing-Ding da. Billardtisch und so ein Billardteil. Hier vorne ist noch ein Verkäufer. So ein bisschen sportlich gekleidet. So, wenn wir dann hier hinten mal zu den Toiletten gehen. Sieht das Ganze auf der weiblichen Seite so aus. Hier sind solche Schiebetüren. Da kann man zwar leicht durchgucken. Aber ganz im Ernst. Beachte da schon drauf. Ja, mehr ist da eigentlich nicht drin. Und das ist hier halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Bei den Herren ist das Ganze schon etwas anders. Hier habe ich mal einen etwas anderen Stil gewählt. Und zwar habe ich hier erstmal ganz viele Urinale hingetan. Und dann kann man hier, sind halt 3 davon. Und... So, dann fahren wir mal mit dem Fahrstuhl hoch. Und zwar sehen wir hier im Erdgeschoss C&A, dieser Sportladen und die Toiletten. Im ersten Obergeschoss haben wir ein Rewe. Das heißt, wir drücken mal die 2. Man kann hier halt kein Erdgeschoss einstellen bei der Mod. Deswegen macht das nichts. Machen wir uns die Tümer eben manuell auf. Hier sehen wir, rechts geht es zum Rewe. Rewe steht da oben drüber. Hier stehen ein paar Einkaufswagen. Wägen. Da kann man Geld abheben. Und das finde ich einfach cool. Und man kommt hier halt... Guck, man kann die Tür mit der Hand aufmachen, aber... Haben wir hier so die Obst-Ecke. Hier ist, ähm... Ja, da wo man sich so Brot und Croissant rausholen kann und sowas. Äh, Kühlschränke. Milch, Sushi, Nudeln, Fisch. Hier, das soll so eine Gefriertruhe darstellen. Ähm, ja, hier sind halt nur Fischsachen drin. Hier hinten Donuts, Süßigkeiten, Kuchen, Kekse und Gewürze. Dann hier die beiden Kassen. Äh, ja, und hier noch so ein paar Geschenke wegen Weihnachten und so. Und man sieht auch hier hinten ist nichts. So, dann gehen wir mal wieder in den Fahrstuhl rein. Zweites Obergeschoss, Mediamarkt und Toiletten. Also drücken wir mal auf die 3. Und dann kommen wir hier hin. So, wir sehen jetzt hier, rechts geht es zu den Toiletten. Hier habe ich auch andere Schilder genommen. Hier sind 3. Und hier drüben sind 2 und 4 Rhinale. So, hier haben wir den Mediamarkt. Hier haben wir Fernseher, 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 Fernseher. Lavalampen, weil ich wollte das hier irgendwie auffüllen. Dann haben wir hier hinten ein Telefon. Ähm, ein Laptop. PCs, Monitore kann man sich hinsetzen. Kamera, Drucker und noch 2 solche Stereoanlagen. Und wenn man jetzt hier an der Kasse steht, ich weiß nicht, ob das in allen Städten und Bundesländern so ist. Zumindest hier, wo ich wohne, gibt es das so, dass man hier vorne wartet. Und dann sind bei den Kassen solche Lichter oben. Und dann, äh, ja, kommt von irgendwo halt eine Durchsage. Nächster Kunde, bitte an Kasse, so und so. Und das Ganze wollte ich hier halt auch noch ein bisschen mit darstellen. Hier stehen halt einfach nur solche Monitore. Ich habe die alle, ähm, so was Rotes angezogen, weil ich finde, Mediamarkt passt rot einfach ganz gut dazu. Und, ja. Dann kann man hier, geht man dann durch. Das ist zumindest auch hier so. Äh, dass es dann halt solche Türen gibt, die man dann selber aufmachen kann. So, dann gehen wir nochmal ins letzte Geschoss. Und zwar sehen wir dort Dr. Müller und Blume 2000. So, dann sind wir jetzt hier oben. Und wir sehen, links geht es hier zum Arzt. Dr. Heinz Müller. Falls irgendjemand so heißt, tut es mir leid. Irgendwelche Sprechzeiten und Termine nur telefonisch. Ihr seht warum, weil hier ist keine Anmeldung oder so. Da hinten steht so eine Uhr. Und wir machen mal eben kurz, ähm, so 10 Uhr. Genau, jetzt ist es 10 Uhr. Und hier sind halt so, es sollen halt so Zeitschriften sein und Bücher und so. Und dann sitzt man sich hier so rin, wartet. Dann geht man hier durch diese Tür. Dann haben wir hier Zimmer 1. Hier ist ein Doktor, Blume, Bild, Monitor, Wasser, Spender, Drucker, zwei Stühle. Hier ähnlich. Beziehungsweise genauso, nur dass hier halt eine Doktorfrau sitzt. Äh, ja, das ist die Arztpraxis hier. Und dann haben wir hier hinten, noch rechts, Blume 2000. Nicht nur Blume 2000, aber es sollte halt sowas in die Richtung sein. Hier hat man solche Markisen, sagen wir mal, Blümchen aller Art. Ähm, Zelte. Solche Dinger, wo man sich halt draufsetzen kann. Ja, für ein Lagerfeuer zum Beispiel ist es halt gut, aber es gibt bei der Mutt einfach kein Lagerfeuer. Und dann hier noch so ein Schlafsack, Mülleimer. Ein Kunde. Und dann haben wir hier zwei solche Kassen. Äh, ich wollte hier eigentlich so Papier hinlegen, aber das geht irgendwie nicht. Deswegen habe ich da oben solche Dinger hingetan, weil die da immer die Blumen einwickeln. Und das wollte ich halt damit so ein bisschen verdeutlichen und wird das hier so hingelegt. Und hier arbeitet halt jemand. Und, ja, das war es zumindest mit dem Einkaufszentrum. Aber ich war im Parkhaus noch nicht fertig. Wir fahren mal eben ganz runter. Und dann zeige ich euch das auch noch mal eben. Genau, da steht übrigens noch ein Weihnachtsbaum. Und zwar hier draußen haben wir einfach jede Menge Parkplätze. Äh. Ja, hier sind halt... Es ist schon ein richtiger Schilderwald eigentlich, aber sie verdeutlichen das, was sie sollen. Und wir steigen mal hier in unser Auto eben ein. Und dann fahren wir hier mal eben durch das Parkhaus einmal durch. Also hier sind überall Parkplätze. Ich habe hier mal keine Autos reingestellt. Und dann fährt man hier halt einmal rum. Das Einzige, was man hier nicht darf, ist da durchfahren. Deswegen, ja, ist immer ein bisschen beschiss eigentlich. Ähm. Ja, wir werden jetzt aber einmal eben schummeln. So, einmal wieder rüberfahren. Und dann fahren wir hier einmal rauf. Und darf man dann... Nee, also eigentlich geradeaus und links ist Quatsch. Aber es gibt halt kein... Das gibt es nicht bei der Mod. Und dann haben wir hier so ein paar... Ja, Baustellen, sagen wir mal. Da muss man hier ein bisschen herumfahren. Und dann kann man hier... Nochmal eine Etage hoch. Wenn man die festhängen würde. Dann fährt man hier nochmal eine Etage hoch. Und hier ist dann das Dachgeschoss. Und dann kann man hier halt überall auch noch parken. Und... Ja, dann könnte man auch noch, wenn man möchte, kann man hier auch noch links reinfahren. Dann hat man hier noch einmal Parkplätze. Und dann kann man auch hier wieder runterfahren. So, ein bisschen Gefühlssache. Ja, Sache ist Gefühlssache. So, kommen wir hier einmal runter. So, einmal rum. Und dann kann man hier wieder runterfahren. Und dann ist man hier unten. Und dann tut man da das Ticket rein. Und dann kann man hier rausfahren. So, das wäre einerseits einmal das. Man kann jetzt natürlich auch sagen, ja, ich will nicht unbedingt ins Parkhaus. Sondern ich möchte lieber draußen parken. Dann fährt man hier halt eben rechts rum. Und dann hat man hier die Wahl, dass man dann hier beispielsweise reinfährt. Und dann kann man hier halt parken oder so. Dann dreht man hier einmal. So, fährt dann hier links rum. Und dann kann man auch hier vorne beispielsweise überall parken. Oder einfach mal da hinten. Und ja, das war's dann von meinem Einkaufszentrum. Ich dachte mal, ich zeige euch mal sowas irgendwie. Vielleicht ist das ja auch mal was anderes. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Übrigens, vielleicht kommt heute noch ein Livestream. Muss ich mal gucken. Äh, wir schauen mal. Und dann sehen wir uns. Nachher vielleicht beim Livestream oder irgendwann anders. Macht's gut. Und tschüss. 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 Tschüss.